Ich hab das jetzt absolut auf schwer gemacht, ne? Ja, soll ja auch auf schwer sein, sonst kriegen wir nichts. Vorhin ist es aber normal gewesen. Echt jetzt? Ja. Warum? Darum. Digga, wer, wer, welcher noch bei Menschenverstand gebliebene Spieler macht Missionen auf, äh, auf normal? Immer auf schwer. Ich bin zu schwer für mich. Ey, lass, lass mal morgen ne Crew, ähm, ne Crew erstellen. Ich hab schon eine. Ich bin noch im Reakt von Kevin. Geh raus, der Scheiße. Das Ding ist, ähm, man kann sich ja sein eigenes Nummernschild machen, ne? Mein Narbe fühlt sich schon ässig, oder, Bro? Schön. Schau mal da lange. Ne. Hey, die ist ja nicht offen. Ah, fuck ich, müssen wir noch starten, ich warte die ganze Zeit. Ja, ich wollte auch kurz sagen, Digga, was machst du voll Horst? Voll Horst, wie noch? Ja, ich bin eh. Ja, ich bin eh. Ja. Ich bin eh. Ich bin eh. Ja. Ich bin eh. Ich bin eh. Das ist ja nämlich richtig, an Prison Break, als er wirklich an die Serie Mehr Überfälle ich mache, desto mehr habe ich Bock auf Haus des Geldes, Digga Ich fliege nicht, Jungs, das kommt nicht gut Ich fliege nicht, Jungs, das kommt nicht gut Ich bleibe Wärter, das ist gut Ich bin Piloten Ich bin Piloten Ich bin Piloten Ey, machen wir nicht Piloten Ja, chillen wir die, naja Mach wohl Kevin Stemmert in Anteil an Nö, hä, ich will den Scheiß Ich spreng Meister, okay Ja, was haben wir Oh, warte, ich muss meiner erst runter machen So So Oh, fängt No problem No problem Druck ready, Juli Wie? Enter Passiert nichts Nicht Leertaste, ne? Ich drück Enter, ich bin nicht dumm Doch Das ist meine Leertaste Das ist meine Enter-Taste Druck doch bereit Gott, du bist so ein Idiot Ich wette, das war die falsche Taste Ich wette, du hast... Ich hab Enter... Junge, halt das Maul Ungell, du mal Vielleicht hat er echt die Falsche gedrückt, Alter Ich kann's ihm echt zutrauen Es tut mir leid, aber man kann dir nichts überglauben Allein schon durch den Fall Vorhin mit der Affen war mir so Hä, wie ist es so hochgegangen Ja, sie... Was? Man weiß einfach, dass du lügst Du kannst es langsam nicht abstreiten, Juli Ich hab nicht gelogen jetzt grad Ich hab echt Enter gedrückt, wie sonst was Weisst du nichts gemacht, was noch gegangen ist? Ja, ich bin... Es ist auch nicht zum, wie auf meine Karte Und... Dann habe ich ein Escape gedrückt Und dann Enter, dann ist es gegangen Aha Ich weiss I'm sorry Achso, dann... Dann tschau mal Ja, etwas... T*** Du... Digga, wo muss ich hin? Heier, fertig, mach der Mikro Ich mein Mikro Juli Hä? Was hast du mit dem Mikro? Du... Dieses Mikrofon bloß, jetzt so. Jemand wird wie ein Tornado Und... Sch*** Es nimmts wegen ... Kau are niggas, aber... Gmei... Gott... Ba.... Wir sind alle auf dem Bus gesetzt? Naja, das bei dir unten steht dann ja Naja, deswegen ist er hier, äh, der Pilot, was er... ...flugzeug, wahrscheinlich Ach Oh 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 Lkw Oh 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 Die Jetzt hör auf zu schießen, Kevin! Ja, fahr doch endlich, Digga, ich schieß sie nicht mehr. Fahr jetzt, ich hab meine Hände nicht, meine Tasse. Aber an der Maruße hat mich was. Musst du schießen? Dem Typen hat er nichts in den Kopf. Echt? Warte, warte. Warte, ernsthaft? Echt, nein. Na, ich hätt's jetzt geschlossen, ne? Hä? Ja, fahr doch einfach! Da ist die Schranke vor mir. Fahr einfach! So, ich hab meinen dämmlichen Bus, wie sie. Dumm wie ein Stück Scheiße bist du. Das gibt so Sinn, Alter. Warum musst du dann die fucking X-Kappe machen? Das ging aber schnell auf. Bei mir war die oben. Echt jetzt? Ja. Ja, bei mir war die unten, ich hab die gerade zusammengefahren. Fahr! Ich kann doch nicht fahren. Wieso nicht? Weil die gerade reden, du volle Dude. Fahr! Jetzt kann ich jetzt fahren, Dicke, Spasti. Dicke, ich muss vier Kilometer mit dem scheiße Bus fahren. Ja, heul dir um. Ich will ja nicht, sagst du. Na, ich hab mich hier. So einer will kopp, genau, Dicke. Mit einer kalten Waffe. Mit einer kalten Waffe mit Schalte von uns. Ja, normal, Alter. Ich war ein Raketenwerfer raus. Was willst du scheiße Buller? Oh, der lebt noch, Loll. Diebkli wollte mich schon wieder zusammenscheißen. Ja, ich... Das Ding ist, ich hab immer noch Pilotschuld hier. Hä, warum? Ich meine, ich hab was so verloren. Du musst mir ein bisschen helfen, ich hab nicht so gute Waffen, ne? Äh, ich weiß. Bin gleich bei euch, Boys. Ne, ich muss gar nicht zu euch. Ich komm hier nicht rein, ich bin zu fett. So jetzt. Uff, ich kette die ganzen Häftlinge. Ich hab ein Schüsse überlebt, der mit der Waffe, Dicke. Äh! Der Typ steht mit meiner Waffe nicht. Kevin, die sieht aus von AP. Sieht gut aus, oder? Ja, ja, sag schon, ob ich... Ich find keine Waffe... Liegen da irgendwo Waffen rum? Ja, hier. Nehmen wir die mal. Jetzt hab ich einen Pi. Jetzt find ich so eine dumme, hästige Pistol, also die kein Damage macht auf der Entfernung. Du musst hier lang, hier lang, Bro. Hm? Da lang. Ich hol kurz Rescore ab. Rescology. Oh, ich darf den Bus in die Luft. Ja, geil. Ich stell mir vor im Gefängnis aus dem Profi so einfach. Naja, einfach. Ja. Also, ich mein, wenn die ganzen Cops so schlechte Schützer wären. Stiehl den Bus in die Luft. Was ist der Bus in die Luft? Auf... Na ja, Moin, ich muss Helikop... Oh, Lust. Du musst nicht fliegen, dafür gibt's einen Piloten, du Idiot. Achso, okay. Oder warte mal. Nee, ich muss den stillen. Der steht da. Warte, ist der Mate bei dir? Nein. Ich bin jetzt tot, Dicke. Ich bin jetzt tot, ne? Pass auf, warte. Dicke, ich muss kurz weg, ich muss weg. Ja. Pass auf, ich sterb noch nicht. Wir haben kein Leben, nur ein einziges Leben haben wir. Nein, du kannst gar nicht sterben. Eben, ich lebe, mein Gott. Achso. Ja, Lutz, blöd, halt. Sorry, gar nicht. Ich glaube, ich habe auch keine Munition mehr, ich habe nur noch 9 Schüsse, ne? Fuck. Hey, Danny. Ja, egal, 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 egal. Oh, hallo. Where are you at? Hier, der Vinylwurge, äh, Neuburge. Ich sammle immer Muni von den Cops, ein, Bro. 30 Muni, nochmal 30 Muni. Nochmal 30. Nochmal 30. Der ist du schon. Ich habe halt so Kackwaffen, Dicke, ne? Ich bin tot. Nein, auf. Ja. Was? Wie kannst du denn im Heli sterben? Ja, da stehen 10.000 Leute rum. Du weißt schon, dass du nicht einfach so reinlöschen darfst, reinlöschen darfst, oder? Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Ach, nee, oder du bist nicht, ach Gott. Du bist nicht ehrlich jetzt einfach rein, oder? Ja, da war niemand, plötzlich stehen die da. Und so, ob so ein Ding nicht beschützt wird. Die standen halt weiter weg. So, ich dachte so, jawohl, das sind immer so Passanten. Da steige ich ein, aber hier sind fünf Leute ballern auf mich. Der letzte Bluffer wird nie mehr was. Ja. Jetzt kriege ich Sinn. Ich meine, der letzte. Wenn du die noch nie gespielt hast, vor allem, ach. Vor allem nur die ganze Tenten stehen. Ich meine es halt ernst. Ich meine es halt ernst, so. Du hast halt dafür keine GTA-Farm gehört. Ist halt einfach so. Und wie soll ich das eigentlich kriegen, wenn ich nicht spiele? Ich sage doch, ist doch nichts Schlechtes zu tun. Du sagst es aber so. Oh, nein. Jetzt tun wir uns beruhigen und dann gibt es Sex, okay? Ich schlage dir ein Bild auf Facebook von uns, Juli. Wieso Facebook, Alter? Der ist halt ein Joke, du Idiot. Das ist nicht lustig. Wenn man sowas versteht, Alter. Der ist nicht angekommen wie eine Kochschule in Afrika. Ich habe den Scheiß-Bus noch mal geklaut. Verpiss dich, du F***, Joke. Kevin. Ein Busfahrer kann nicht werden. Musst du es nicht mehr vorstellen. So, wo es da so ein Gras kommt. Einfach davor gegen das Scheiß-Ding fährt, Alter. Juli. Hm? Es weht sich in Afrika, ein Kau war auch nötig, oder? Ja, dir nicht. Du bist ganz schön... Ah, es ist offen, du Kek. Ja, ich kann nicht fahren. Die unterhalten sich immer erst, Digga. Check's doch mal. Jetzt kann ich erst fahren. Jetzt. Zerbau dich, als dass ich dich nur nerven will. Fahr jetzt, Digga. Kann ich jetzt schon aussteigen? Nee, schade. Direkt die zwei hässlichen Bullen abknallen, wenn wir draußen. Okay, aber lass mich schießen, okay? Wieso? Ich krieg dir schnell down. Du musst halt Muni sparen. Ja, ich soll gleich sammeln direkt Muni für den ein. Ja, das geht's hell. Dann hol ich den da rein. Fucking hell. Ups. Muss noch eins weiter. Ja. Hey. Ich hab ne Schrotflinte, Digga. Fuck, Minigge. Was machst du? In der Rolle? Du musst hier oben nicht hoch, ne? Ich weiß ja von hier oben, aber ich bessere. Dings. Ich geh, geh, du hier nicht hoch. Du wirst ja leicht angeschossen. Fuck. Nein, 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 nein. Ich brauch Hilfe, Digga. Wo bist du? Ja, ich bin tot, Digga, wahrscheinlich. Hau ab, hau ab. Ja, wie soll ich denn abhauen, Digga? Ich weiß nicht, ich versuch's so weit, wie möglich. Ja, man kann ja mal sterben, wie viele Schüsse belebt er von der scheiß Waffe denn? Generier kurz. Kurz, ich geh, Rescow. Bist du da runtergejumpt? Ja, aus Versehen bin ich runtergefallen. Wenn du zu oben bleibst, fäll einfach aus den Rund. Dass man mega viel Versturzschaden bekommt, dann wurde ich von denen nur abgeschossen. Halt die Schnauze, beschwere dich nicht. Diese Übersetzung, traumhaft, Alter. Feel nice. Let's go, sagt er. Lass ihn alle. Ich bleib bis hinten, ne? Ja. Ich hab nur 80 Schüsse. Ich hab nur einen Pee, Digga, das ist zu hässlich. Alter. Versuch auf 1-Jobs zu gehen. Ja, mit deinem Pee ist schwierig. So, diesmal steig ich aber in den Helikopter rein. Kevinn? Kevinn? Lecker. Ja. Nein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020